Hi Leute, und zwar habe ich ja gesagt, dass ich Mumio hatte, aber ich muss das leider löschen. Und Pearly Sparrow, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht, ob du eine Idee hast, wie du es sonst anders kommunizieren. Wenn wir einfach anders reden, wie wir das machen wollen, wollte ich dir überheißen, ob du eine Idee hast, wie wir es sonst anders reden können, vielleicht mal telefonieren, keine Ahnung, aber ich weiß halt nicht, wie wir das machen wollen, weil ich darf Hangouts nicht, Mumio darf ich auch nicht. Ja, und wenn du alle Ideen hast, schreib es bitte auf die Kommentare und auch alle, falls ihr alle Ideen habt. Ja, das war mein kurzes Video. Ja, bye! Tschüss, tschüss! Vielen Dank.